Moin oder Herzlich Willkommen zu einer Notfolge Among Us Teil 4,5,6, keine Ahnung Wir gucken mal ob wir Impostor werden, wenn ich der Name bin Ja Pech Ich hab immer was mit CO2 CO2, CO2, so ne Ey, der Loser Junge Ich hab hier davon keine Ahnung, ich hab nur gehört, dass wir, wenn man tot ist, so rumfliegen, Aufgaben machen Aber mehr weiß ich auch nicht Naja Leute, sorry für die Tastatur, ich kann nichts dafür Naja, ich hab noch 3 Aufgaben zu tun, und dann bin ich auf vier Ein Faktor Annen Ich raste gleich hier aus, wenn es nicht geht. Ich raste gleich hier aus, wenn es nicht geht. Ah Hmm Wie schlecht Wollt man eh einfach seinen eigenen Clou mitverraten? Nee, nee, nee Hä? Es wurde nichts hingeschrieben Und Ja, wie lange soll die Runde noch geht? Entweder die Aufgaben werden fertig oder die haben dann Pech Ja 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 Einfach wirklich tschi 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 an dieser Stelle. Wir werden heute alle Spiele durchspielen wie Ge-Bam-Bam-Bam. Ich muss ihn zurück und zurückhören alsubawaстр. Drei Peef 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 Das war's für heute. Ich erzähle es einfach und tue es mir an. Tue es mir an. und auch hier ja ja Ich habe die Zuckerspüche. Ich habe die Zuckerspüche. Ich habe die Zuckerspüche. Vielleicht nur weil sie zugucken müssten. Oh man, ich glaube die Runde geht mal ein bisschen schöner oder langsam. Hauptquartier. Mein iPad zur Hauptquartier. Ich glaube die Runde geht mal. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich niesen musste. Ja. Da, Italiener. Da, Italiener. Blau. Da, Italiener. 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 Ich hab gedacht, das verfieh ich nie. Äh, zwei, drei. Also ich hab keine Aufgabe mehr vor mir. Was heißt? Oh, ich bin hier ab, ich bin hier ab. Sehr hoch ist die geringe von 0%. Das mich jetzt hier mankelt. Aber ich bin fast mit meiner Aufgabe fertig. Ja, ich bin hier ab. Ich bin hier ab. Ja, ich bin hier ab. Ich bin hier ab. Ich habe es geblieben. Junge Junge Linus muss raus, ich weiß das auch im Post, das ist safe. Und wenn ich nicht recht hab, dann trink ich in dieser Mitte noch Wasser. Also ich hab auch meine Aufgabe fertig, ja man muss jetzt seine Aufgabe machen, bitte. Na, den schütze ich nicht, der hat nicht gepostet. Und wer war jetzt die Verräter? Ich sag doch safe, also ich hab Glück. Naja, das war's jetzt mit diesem Video. So, stop... Schau, schau, schau. hier liegt noch tschüss leute lasst leih und einer Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen.